Johannes von Schröder war ein dänisch-deutscher Offizier und Topograf. Leben Johannes von Schröder wuchs in Kiel auf. Ab 1808 war er Kadett auf der Militärschule in Rendsburg. 1810 erhielt er sein Offizierspatent als Second Lieutenant im Schleswig-Schen-Infanterie-Regiment. 1813 wurde das Regiment zu dem Hilfskorps beordert, welches Dänemark Napoleon zur Verfügung stellte. Und von Schröder diente als Adjutant beim Generalkommando der 4. Dänischen Armeedivision unter General August Nikolaus Kahl von Kardorf. 1814 wurde er zum Premier-Lieutenant befördert. Das Regiment lag seit 1815 in der Stadt Schleswig. 1827 wurde er Kapitän und Chef der Jägerkompanie des Regiments. 1830 kommandierte er den Cholera-Cordon nördlich Flensburgs. Nach Auflösung des Regiments 1842 wurde er Major des 15. Bataillons in Rendsburg. Bei der schleswig-holsteinischen Erhebung trat er im März 1848 auf die Seite der provisorischen Regierung. Er wurde von ihr zum Kommandanten von Flensburg und dann von Altona berufen und erst zum Oberstleutnant, dann zum Oberst in der schleswig-holsteinischen Armee befördert. Nach der Niederschlagung der Erhebung gehörte er zu denjenigen, die durch die dänische Regierung von der 1852 verkündeten Amnestie ausgeschlossen wurden. Er floh nach Hamburg und fand hier eine Anstellung als Buchhalter der Gaskompanie. Am 29. November 1856 wurde ihm die Rückkehr in die Herzogtümer gestattet. Er blieb jedoch in seiner Stellung in Hamburg. Schröders Leistung und bleibende Bedeutung liegt weniger auf militärischem Gebiet, sie ist vielmehr in seinen geografischen und historischen Studien und seinen bedeutenden Beiträgen zur Topografie Schleswig-Holsteins begründet. Er war seit 1818 verheiratet mit Franziska Amalie, Geb, Seestern Pauli, einer Tochter von George Friedrich Pauli und seiner Frau Maria Katharina, Geb. Allers und war damit Schwager von Friedrich Seestern Pauli. Auszeichnungen 1840 Ritter des Dannebrock-Horden 1843 Zivilverdienstmedaille Schriften Grundriss der Stadt Schleswig mit nächster Umgebung 1823 Digitalizei Geschichte und Beschreibung der Stadt Schleswig 1827 Geschichte des Schleswigschen Infanterie-Regiments 1837 Topografie des Herzogtums Schleswig 1837 Zweite Auflage Oldenburg i. H. Frenkel 1854 Digitalizei Bayerische Staatsbibliothek Dänische Übersetzung Herzogtum mit Schleswigs Topografie Oldenburg i. H. Frenkel 1854 Topografie des Herzogtums Holstein des Fürstentums Lübeck und der Freinstädte Hamburg und Lübeck Oldenburg i. H. 1841 Band 1 A. H. Digitalizei Bayerische Staatsbibliothek Band 2 I. Z. Digitalizei Bayerische Staatsbibliothek Zweite Auflage vermehrt durch die Topografie von Lauenburg in Verbindung mit Hermann Wiernacki Oldenburg 1855 2 B. D. Band 1 A. H. Digitalizei Bayerische Staatsbibliothek Band 2 I. Z. Digitalizei Bayerische Staatsbibliothek Der Brückmannsche Altar in der Domkirche zu Schleswig 1855 Darstellungen von Schlössern und Herrenhäusern der Herzogtümer Schleswig-Holstein und Lauenburg Vorzugsweise aus dem 15. und 16. Jahrhundert wehr Schleswig-Holstein Darstellungen von Schlössern und Schlussf Fallout 1757